Hallo und herzlich willkommen zu Minecrafts PropFund mit Opfeln. Hiiiiil. Ich bin Sucher. Ja. Ich bin Sucher. Opfer. Tralalalalalalala. Ja, alles. Ist das kein Name Spawn? Dann hab ich keine Legs mehr. Tralalalalalalala. Ist das kein Name Spawn gewesen? Scheiße, ich hab immer noch Legs. Ich glaub, so lange hab ich nie gelebt, ohne einmal gesandt zu werden. Pfff. Was? Wo bist du? Hm? Lol, das hat geleckt. Schon wieder, Mann. Du hast ein Pies. Nee, ich bin wieder mal in dem Sucher gespawnt. Ja. Oder der Sucher ist dann nie gespawnt. Ach so. Ich denke natürlich immerhin in dem Moment, wo ich entdeckt werde. Aber dann nicht mehr, sobald ich Sucher bin, oder? Ja, Standards. Verarsch mich halt. Komplett, du Bast. Oder jetzt wollen wir nicht in wem ich... Ich verstehe das in dieses Lebensniveau. Das heißt nicht Bast, das heißt Tierkoll. Da läuft einer. Mein Kill, mein Kill, mein Kill, mein Kill. Du Bast! Du hast nichts dafür bekommen. Hm. Cappuccino? Du. Wichtiger. Wichtiger Cappuccino. Wo ist die Axt denn? Ich habe keine Axt gesehen. Ich glaube, das ist einfach nur so viel. Ich auch gar nicht. Du hast keine Axt gesehen. Komm! Da war eine fucking Diamant-Axt, die ich gejagt habe. Ja, ja. Aus der... Alter, die schmacht. Da konntest du dich nicht länger halten, ne? Da hatten wir ja nicht. Das warst du! So. Wo sind wir denn? Letzten drei. Ey, hier schwebt ein Bücherregal, alter. Ist das einer? Schwebt das bei dir auch? Ja, oh mein Gott. Hä? Aber was schießen die? Ach lol, die stehen da oben. Ja, genau, alter. Ja, warte, ja, ja. Komm, komm. Wir haben noch die Zeit. So, ich will ja noch. Oh mein Gott, ich hab einen. Sind die tot da oben? Es sind zwei Leute gestorben. Ne, Fire Dragon ist ein Blum. Also einer muss nur oben sein. Der wird sich jetzt halt so hart verkampfen. Oh mein Gott, als ob wir gewahren haben. Ich hab doch mit Labymod das Spiel geöffnet. Ja. Ich bin das? Nein. Ja, doch. Sag mal, ja. Gravy Brady. Gravy, Gravy Brady. Der sieht aus wie ein richtiger Profi. Bist du wie dir, Arzt? Ja. Wer ist, ist da du? Okay. Hast du ihn gestanden? Ja. Er schlägt auch mit der Roar zu. Aber warte, es ist einfach zu gut. Hast du ihn gestunt? Äh, nein, das hat nicht funktioniert. Ich werde aber gestunt. Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er wollte mich schlagen, er wollte mich schlagen und ist runtergefallen. Was ist das für ein Typ? Vielleicht kleckt es deswegen, weil ich nicht nur Dinger geöffnet habe. Kannst du mir ja dann auch nicht. Er ist so schlecht. Ich habe ihn schon wieder. Er ist so ein Biest. Oh Gott, er ist hinter mir. Nein. Ich rette dich. Ich habe ihn gestanden. Ich bin jetzt auf der anderen Straßenseite. Bist du wieder im Ghetto? Lol, er wollte ihn mal töten. Ich habe ihn gestanden. Ich versuchte eiskalt, jemanden zu töten. Irgendwas ist ein Ehrfänger. Ja. Ich dachte, du kannst, er steht hinter mir. Okay. Ich glaube, jetzt legt er, weil... Ja, er legt mich. Aber dass der eine sich fast töten ließ. Ich bewüste bin. Äh, das hat schon wieder funktioniert. Oh Gott. Du hast das Dior-Schwert, ne? Ja. Er hat dir gerade einen Hits gegeben, Alter. Fuck. Oh nein, ich kann gestanden. Ich kann gestanden. Ich kann gestanden. Ich habe gestanden. Hä? Aber er läuft weiter? Jetzt ist gestanden. Jetzt habe ich ihn gleich mal gestanden, aber es hat nicht funktioniert. Fuck. Pass auf. Man darf nicht so weit wegstehen. Oh nein. Er hat den Bogen gezogen. Lauf! Oh nein. Wenn du jetzt stürmst, oder? Wenn du jetzt stürmst, oder? Ich habe gestanden. Ich habe gestanden. Ich habe gestanden. Ja, wenn du... Wenn du aufpassen lässt, hinter dir... Hinter mir? Ja, ich bin oben. Äh. Oh no, dann noch mal nicht einer. Nein, wir werden jetzt gestanden. Erst nachfall keine sterben, weil dann haben die Sucher wieder eine Chance. Ich habe gestanden. Ich glaube, es stimmt. Ich auch. Irgendjemand stirbt gleich. Meistens schon wieder jemand da oben. Die lassen sich ja... Du musst... Bist du einer von denen dort unten, ne? Nein, nein, ich bin oben. Nein, die provozieren ihn. Die wollen sterben. Als ob die sterben wollen. Wo ist die im Stand, Alter? Wie ist die echt? Ich... 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 Oh mein Gott. Die Dom... Oh mein Gott. Die sind doch so geistig zur... Die Walter... Wie jetzt denn? Aber wie an? Sass Gerochia? Ja! Ich muss den jetzt sagen, aber ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja weil er über der Erde... Hä? Nein! Warte. Wo muss ich denn? Kann man mir jemandem einen Cheat zeigen? Bitte, danke. Ich will wirklich sehr empfunden. Oh nein, ist das jetzt wieder gestunnt? Hä? Muss ich hin? Kann man jetzt mal ein Profi zeigen? Okay. Wow. Niemand versteht die Anspielung außer ihm und mir. Hallo? Geht da mal drauf ein? Oh mein Gott, die haben nochmal ein. Oh mein Gott, scheiße, vielleicht ist das nicht neu. Wo muss ich hin? Mann, hätte ich halt einmal aufgepasst, was nicht gut gemacht hätte. Uchiha Sasuke. Nein! Und ich hab keine Folge. Oh nein. Oh mein Gott, ich hätte die Folge einfach ich versus Uchiha Sasuke. Ich. Oh nein. Hä? Ihr seid ja... Nee. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Was? Irgendwie kommt man da rüber, aber das sind Barriereblöcke. Was? Irgendwie kommt man hier weg. Pass auf, pass auf, pass auf. Was? Nein! Auf uns wird geschossen. Wir sind flüchtig. Nein! Ich hab kein... Hat der Uchiha geschrieben? Weiß ich. Ich muss ihn jetzt stunnen. Ich hab ihn gestunnt. Nein, ich bin... Ich weiß, wo der nächste Sprung war. Wo? Oh! Wir haben gewonnen? Ob... Ja, eine Runde muss jetzt noch dran, oder? Ne, vielleicht. Die Aufnahme ist elf Minuten. Ich muss ein bisschen was rauskappen. Ja, ne, da geht keine Runde mehr ran. Ja, aber was müssen wir hier dann machen? Warte. Ich hab keine Ahnung. Gut, Leute, dann... Weißt du mal ein Like da? Schau mal Apfel vorbei. Eien. Ja, das ist Apfel. Und tschüss.